Links wird auch schon abgegeben am Ende. Ja, Abschluss! Endlich sind wir in der fünften Klasse. Fünften Klasse? Ja. Mehr hat unser IQ nicht zu bieten. Z.B. IQ nicht, aber... ...der Grad der Unterhaltung. KILLst du noch ein paar? Boa, Alter, die Waffe ist so mördernervig, ne? KILLst du noch ein paar? Jaa. Gut, dann geh ich mal Money einkaufen. Alter, die Waffe ist so mördernervig, töten the Bane, ne? Die ganze Zeit schreit. Also... Wenn das Geld stimmt, räte ich dir dein Leben. Pass auf, Zug kommt. Junge. Digga, ich kenn dich. Rückzug. Machen wir? Kauf dir noch Muni. Gute Idee, mach das schnell. Ich bin schon mal auf dem Weg. Wuuuuh. Welche Kombi ist schlimmer? Zwei Schrotzen? Oder zwei Raketenwerfer. Oder Raketenwerfer und Sniper. Zwei Sniper. Zwei Sniper? Wo wir beiden Headshots machen. Warte mal Aufzug auf mich, Alter. Zwei Sniper. Ich hätte so gefallen, wenn du der Setter rausgefallen wärst. Kannst du nicht? Ja, weil ich jetzt trotzdem gefeiert hab. Zwei Sniper. Zwei Sniper. Zwei Sniper. Kannst du die Tür jetzt schon aktivieren, ne? Schließe die Tür am Ende des Gleises. Mach einfach zu. Da ist noch einer. Alter, lass mega viel Leben fallen. Geh weiter. Schaff das Ding zu dem stillgelegten Eisenbahngleis. Und bring es auf Kollisionskuss mit dem Millennium-Zug der Sheriffs. Oh, ich hab vergessen zu verkaufen. Einer meiner Slaps hat einen Zünder für den Bundenwagen vorbereitet. Julian, hier ist was für dich. Team Gesundheitsregulation für Sirene. 9%. Bring mit, Alter. Ja, ich kann aber nicht mehr tragen. Komm mit. Aber sein Hühnchen, so ein kleines braunes Feld neu. Als ich meine Hände um seinen Hals gelegt hatte, dreht der Brick durch. Mann, hatte das Ding kaum brechen. So laut hat Brick geschluchzt. Ich meine wirklich geschluchzt, wie ein Baby. Oh, ziemlich peinlich. Der FK-Pedige Waffen weg. Der macht gerade eine Zeit-Quest, ist der klar. Ist der schon aktiviert? Oh. Und ich weiß nicht. So. Ja. 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 Ja, ja. von Shep Sanders. Rick bollte ihm seine Daumen in die Augenhöhlen und knackte seinen Schädel wie eine Nuss, während der arme Shep um Gnade winselte. Danach hat dein Freund Roland ihn aus Sanctuary rausgeworfen. Ihr Kammerjäger denkt, ihr seid besser als die Bandieren. Aber da liegt ihr falsch. Das heißt, ihr früh aufsteht! Hast du gehört? Wir liegen falsch. Wir liegen falsch? Schon wieder? Cool. Erzähl mir was Neues. Seitdem ich dich kenn, fühle ich mich auf dem falschen Weg. Ja, geht mir genauso. Start mal den Teleporter. Ah, zwei Granaten. Beide scheiße. Du hast meine Bank ausgeraubt, meine Stadt zusammengeballert und meinen Zug zerstört. Text. Du gefällst mir. Main Street. Pistolen. Zwölf Uhr Mittags. Komm alleine. Kann ich auch noch Sniper nehmen? Oh, ich geh erst verkaufen. Bushi. Bushi. Geh mir schnell die Tussi umnieten. Ja, gib dir. Reichlich. Oder auch nicht, geh schnell die Typen noch wegsnipern. Maximal Werfer Munition. Nee. Bullshit. 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 Hast du noch ne gute Pistole? Ich wollte aber mal mit. Ich hab keine Pistole dabei. Ich hab welche weggeworfen vorhin. Drei Stück. Scheiß drauf. Nee, weil es kann sein, dass wir nur mit Personen gegen die kämpfen können. Dann geht mit dem Messer nicht zur Schießerei, okay? Ich komm. Weißt du, zu ne Revolver Battle nehm ich die Schrotze mit. Das ist viel viel einfacher. Zu ne Revolver Battle nehm ich Raketenwerfer mit. Ja oder so. Aber da hast du die mehr Möglichkeit dich selbst zu verletzen. Nö, ich spring weg. Du kennst mich doch Sirene. Ich heb sie hoch und knall sie weg mit dem Raketenwerfer, weißt du? Das hat sich so geil angehört. Ich heb sie hoch und knall sie weg. Oh ja. Weiß wie die läuft, ne? Oh ja, du weißt wie der Hase läuft. Frag mal meine Freundin, ich hab sie hoch und knall sie weg. Mit der Schrotze? Ja, mit Streut ähnlich. Ah, da ist die Scheriffin. Welche schiebe ich mit einer Pistole um? Oh, da schießt du nicht den Deputy. Nicht den Deputy umlegen, du Nep! Ach so, der kriegt grad Slack-Schaden. Darf ich den Marshal töten? Den darf ich den jetzt nicht umbringen? Der ist friendly. Ja gut, dann helfen wir mal. Hast du ne Pistole dabei? Nein. Da ist ein Deputy am Leben. Ich mach da gar nichts. Ja, ich muss leben, weißt du? Dann meld dich, wenn du stirbst. Ja, und wie sollen wir dann leben? Hast du ne Pistole dabei? Nein! Ich schau schnell. Gebt mir schnell Deckung. Knall sie runter, soweit wie es geht. Ah cool. Ich sehe das Leben von denen nicht. Wie viel Leben hatten die noch? Keine Ahnung, ich hab noch nicht drauf geschossen. Ich muss jetzt einen von denen killen. Hoffen wir das beide überleben. Da war auch keine Pistole dabei. Knall sie weg. Soll ich kurz ne Pistole kaufen gehen? Mach mal. Ah, da ist doch ein Job du Bob. Die Deputies respawnen, gell? Die Marshals. Ich muss doch irgendwann ein Stück hoch haben, wie ich zufühlen und Wecksnipern kann. Ich hab ne Pistole gekauft. Da musst du sie töten, ne? Ich schieße sie soweit wie möglich runter. Die hat erst ein, zwei Prozent Liveschaden, ne? Was? Ich hab denen mit nem Sniper schon mega viel Damage gemacht. Ja, ähm, Schild. Wüssten die. Ich treff die Alte fast nicht, das Problem. Wüssten die? Da oben auf dem Dach? Ja. Boah, Alter, ich muss da irgendwie hochkommen. Kannst du nicht, du musst nur unten weg sein. Boah, scheiße, ernsthaft? Aaaaaah! Wir machen jetzt Live-Start. Fall drauf! Versuch's hier hochzuheben. Jetzt! Ja, läuft. Ja, läuft. Klar, rein mit der Pistole, Pistole! Ja, das mach ich gerade. Ja, weißt du wie geil... Iridium. Ja, man kann da irgendwie hoch. Ich hab' die Freundin umgelegt. Das, äh, meint mich ja und sie wütend. Das wär' das! Komm wieder her! Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Scheiß Crew, äh, Bruiser. irgendwie muss man da hochkommen glaube ich nicht doch doch das erste ist dass ich mache was korrekt ist ich war vorhin mal da drauf hier hinten ist ein leiter das tat weh hast du mich wiederbelebt ok ist runtergefallen ernsthaft ich bin runtergesprungen da oben ist nichts besonderes ja da lag da liegt doch ein loot doch da liegt was besonderes da drüben bin ich gar nicht hochgekommen ich bin auf das haus hier hochgekommen alter geh mal da weg geh mal da weg stehst immer noch im weg was ist denn da kann man da hoch macht ihn halt weg ernsthaft ich bin der sniper und ich sehe nix wo war ne leiter falsches haus da ist leiter So, von hier. Da drauf. Kann ich das schaffen? Ach, wunderbar. Dann kotzt mich da eine... WAT?! Alter, die hat mich runtergeschossen, ne? Das gibt Beef. Also, wie du dann nicht weißt, wenn man hochkommt. Wie kommt man hoch? Das sind so Fahnen-ähnliche Dinger. Oder nee, diese... äh... Laberdinger da. Mach dir doch mal kalt, ey. Da steht einer neben dir. Bin grad dabei. Mist. Ich selbst gekillt. Da lachst du noch. Jetzt bist du dort. Ach, ja. Das Leben ist kein Schuhkarton. Der Julian, der raucht jetzt eine Poppe. Yeah. Remix. Findest du, ich sollte deutscher Rapper werden? Ich bin ja nicht so prall, oder? Nein. In Anbetracht von Nico Rapp. Sagt einfach ja. Da liegt ne Sniper übrigens oben, ne? Höherf, runter. Ich bin nicht oben. Ich halte grad den Rücken frei, ne? Ich versuche grad irgendwie da hochzukommen. Redner gibt's ne Leiter. Ja, auch 30 Schuss in der Sniper. Redner gibt's ne Leiter oder sowas richtig unnützes. Das wär natürlich mega scheiße. Jeder Schuss ein Headdy. Ey, ernsthaft? Wie kommt man da hoch? Warum sind da immer noch welche? Weil die nachspawn, du Depp. Oh man. Die haben auch nichts zu tun. Telefon? Moment. Perfektes Diving für Telefon.